Ich hab nur noch 3 Stück, weil ich ausdessen bin, welche geworfen hab. Ist egal, jetzt kommen wir mit einfach. Ich will dir zeigen, wo ich die geile Cobblestone-Form hab. Ja, hier hab ich auch das ganze Sand abgebaut. Hier hab ich Gravel abgebaut dann. Echt? Nicht hier den Damm wegmachen, weil sonst haben wir eine Überschwemmung. Ja, was ich jetzt mache, ist, das zeig ich dir jetzt mal. Ich brauch ne Kiste dafür. Ich will immer noch geiles Geräusch. Ähm. Alter, dafür hab ich mal gesagt 7, 8. 8 brauchen wir für ne Kiste. Äh, 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 äh. Äh, warum haben wir eigentlich das, äh, äh, da haben wir die Schere. Nö, komm mit jetzt. Ba bi 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 bi. Bupert Bum Bcommittee Wir kommen mit. Super Mario, it's me, Mario Was machst du? Also das können wir dort und die Eier rein tun, wenn wir nicht flicken. Wenn wir mal zu viele haben. Sondern einmal schnung, das OpenIV五 in den Platz. ventolt sich inepingen ich muss mich an der Falle ich muss so viel zu tun was hat nun den Weg gelaufen haben Mann Eier kommt's doch bitte ich brauche glas ich will ja noch mal ja woher er Köln das war ein abgetroffen nachgedrungen endlich das und dort ist und da liegt er wieder ein Ei und recht bekriegen die ganze Zeit alle, komm her die großen, das sind zwei Stück umso mehr und so, ich werfe bei den großen noch mal eins freuen getroffen ich sag dir, wenn da wieder eins kommt, guck mal was will ich jetzt machen hier? Lola kommt dort ja, weil ich hier grad abbaue und schaufel kaputt schöne Scheiße guck, was ich hier mache ach, kann man da gucken, wie es den Eiern geht? wie schlecht ja, spächt nein und er ist ins Wasser gefallen, aber er hat nicht durch den Schlitz gekommen durch den Magen das ist eigentlich voll das Vieh, was alles frisst diese Maschine das frisst die Eier und dann kommen sie am After wieder rauf an zwei ich hab mal ich hab mal zwei 64er Stacks und einen 18er Stacks jetzt kam es doch oh, ich tut jetzt das Skeletter und das reg mich übelst auf grad na komm geh weg bitte ich reg mich grad so dermaßen auf das fährt brett grad sowieso so, jetzt reicht's mir, Alter scheiß Ding, Alter es ist immer... es ist immer... es ist immer weg jetzt, bitte es ist die ganze Zeit geglitscht nein, geh mal bitte weg ich wollte so ne Treppe für dich bauen nein was gibt's? nein Idiot was du gegen, ne? Muckst du? so und es sind leider keine Eier da ich hab keinen Bock mehr leg da ja, ihr scheiß Viecher es waren ja nur zwei Hühner so, ich geh jetzt mal essen farmen was du gehst jetzt? essen farmen ok, nicht farmen, holen suchen, was auch immer ja, mach das was für den Begriff, ey Tintenfische ich chill ein bisschen hier haben wir Tintenfische ich chill ein bisschen Tintenfische brauchen wir für... ey, Blackwolle legt's mich doch alle am Arsch, ey Entschuldigung echt so, die rufen mich die ganze Zeit alle an hier wieso bin ich beschäftigt und dann ruft mich irgendeiner von denen an, alter ich bin beschäftigt wie macht man Brot? ähm, drei Weizen in eine Reihe also von... von links nach rechts ja, craften drei Weizen in eine Reihe von links nach rechts es wird wieder Nacht, verdammt dann hab ich jetzt mal ein bisschen Brot, okay wie viel? mir was wie viel jetzt? ja, im Moment hab ich ein Brot perfekt, lass es so die andere Weizen will ich dann für... äh, wenn wir Wölfe gefunden haben dass wir noch vermehren können sind die nicht Knoppen? was? die bringen doch nur Knoppen oder nicht? ja, aber dann haben wir nur ein paar da und dann bekommen wir Kinder und die, äh, und dann werden die Kinder groß und dann kannst du sie dann mal und dann bekommen wir nochmal Kinder und nochmal Kinder und dann am Schluss haben wir noch lieber 212, oder? da ist mir dunkel, ne? da bin ich unterwegs das hab ich doch, Wohnpilz ist am besten wie ein normaler Mensch schreibt viermal zzzz wo ich geh jetzt zu essen holen oh, mir ist langweilig, weil ich weiß nicht, was ich machen soll, ey mhm, hm, komm, dann komm mal mit, äh, dann geh doch meinen nein, die auch für mich aus gut, baut ihr viele Pickaxe Pickaxe ich hab, ich hab doch, ich hab doch zwei Stück und ein ist fast kaputt, also ah, gut geh doch meinen, damit hast du viel Zeit so, ich geh mal scharfe Kind dann komm her keine das wäre ja nicht und was soll ich meinen? hey, Redstone, Eisen, Gold, Diamanten, was auch immer, was du findest wenn ich einen 2x2 gang finde was du wahrscheinlich nie im Leben finden würdest, findest kann doch sein kann das ist nie im Leben einer der cool, wenn der cool wäre, wenn du tot bist ja komm, wer scharf wenn man die Schafe von Oman greift und denkt, wie mit einem Schlag tot na komm war eben nett, aber irgendwie meistens schon ich bin die Mine nicht weg die, äh, wo ich Kabel so und alles gefarmt hab nein, die anderen obwohl, zu Kabelstomine könnte ja eigentlich auch gehen die, die Kabelstomine was hab ich Eisen und Kohle und alles noch nicht schon gefunden da komm, ja scharf muss ich kill zehn Woll hab ich gefunden, Level 9 wo ich bin, essen ich töte zurzeit nichts, deswegen bin ich immer noch auf Level 1 Level Up Level Up, ich schlag mich so selber Level Up Wär geil, wenn man einfach eine Mühle bauen könnte ja, mit einem Battle of Wolves Mod aber schadet das denn jetzt schadet das nicht was geil wär, wenn es alle Mods auch für Multiplay geben wird ohja wir müssen einfach unsere alte Mine nochmal bedienen, weil da ist jetzt fast alles rein äh, unsere alte Ding weiß schon was ich mein ich hab gewartet, bis ich das Schaf gegessen hab und dann hab ich's gekillt ist ja ungerecht schaff doch noch das letzte Scheiße das war die Hinkas Mahlzeit für das Schaf, ey das darfst du auch noch mal essen so, rote Rosen nehm ich auch mal mit, vielleicht brauchen wir die irgendwann ich find das Honeyball irgendwie ganz schnuckelig ich rieb irgendwie wie ein Schwuler schnuckelig süß Uhhh zwei Eier sind wiedergekommen von unseren Hühnern schmeich wieder da rein bald mach ich noch ne zweite Etage da musst du den Hühnern sagen, dass du jetzt grad ne zweite Etage brauchst, dass er nicht hoch springt ich springt ja nicht ich krieg grad nur Couplestorm ja, das ist auch ne Couplestorm Mine das ist auch ne Couplestorm Mine das ist bei der Couplestorm Mine gedacht so, die Sonne steht im Mittelpunkt ich craft immer noch ne Pickaxe und dann helf ich dir so Leute, jetzt kommt der langweilige Teil hier darin überspringen wir das Cheat und schneller alles in den Couplestorm nein, äh Gronkh hat ja auch öfter eher gemeint gemint, oder was auch immer heißt und ja ich baue mal ne Treppe nach unten, ne und ich nehme uns auch ein bisschen mal zu essen mit, wenn wir mal brauchen ja mach das so wie zum Beispiel ich, ich brauch immer mal was bald ich komme recht zu dir oh, wie nett von dir wird es nicht glatt Nacht wird es nicht ganz übers Dunkel bei den Bildschirm ey, ich hab Eisen gefunden äh nein, es ist nicht nacht das ist nicht nacht das ist nicht nacht ich hab eisenerz gefunden du kommst zu dir die Vergangenheit ist die Mine ja so, Wolle tun wir auch noch rein oh Alter, wir haben 64, ein 64 Stack und 62 Stack Wolle das kommt davon nur halt so viel weil wir so eine Schaffarm haben Schafe-Farm oh Gott aber warte mach du weiter einfach, nicht warten auf mich Gronkh hat ja auch immer so lange, äh Gronkh hat ja auch Kabel so um Unmengen gefarmt und hat die Zuschauer warten lassen hohohoho wie fies von ihm gell frauen wir mal ein bisschen nach da so, ich komme let's go haps, haps, haps haps, haps, haps noch die Eier hier noch schnell aufsammeln wie die am Rand so, noch die Eier hier aufsammeln au äh, die Hühner haben sich gepaart, ohne dass wir Weizen ihm gegeben haben, lol ja, das Huhn hat halt seine wahre Liebe bekommen so, ich mach noch die 5 Eier rein, dann komm ich lasst ruhig NOW Na, na na, du gehst jetzt rein das nun wir ein die m die dritte ich glaube ich so mit dem stein schwer dass das ist die dünn das ist doch hier ein stein schwer dass wir haben nicht noch ein gemacht ich lauf gerade hier mit dem Steinschild das fast kaputt ist rum hier du kannst dich von mir aus da runtergraben die Jungs hier ist ein bisschen zu essen für dich also in der Treppe ne ja kommst du kommst mit, baust du dann die zweite den links da neben mir ja von mir hast du torches? nein so ich hol mal warum mach du weiter ich hol dann hops 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 nein ich mach oben weiter ja ok Sommerkampf aber so oft der überdies wasser nämlich wenn er noch umgräbt dann kommt Wasser nein ich hab schon nicht das Wasser hört hier auf guck hier ist nämlich Wasser ein Nero dort wo alle ganz knapp das Licht noch eingemacht sein ganz knapp zählen mitten zwischen zweier Wasser torches langweilig hier haben wir achtstück ich kraft und so ein paar so Kohle ich hab Kohle gefunden perfekt sehr viel Kohle so ich hab uns noch Kohle ist doch erst gesagt wir mal 20 torches jetzt also du wirst nicht wissen wie viel Kohle ich hier gefunden hab komm mal her aber ich bin unterwegs äh ne Schaufel wollte ich mir kraften und auch ne Pickaxe äh kannst du mir eine Pickaxe mitnehmen oder meines ist was kaputt hier und ein Schwert von mir aus bin grad dabei und nimm mal ein bisschen Steaks oder sowas mit weil ich hab nämlich grad mein Brot verbraucht so so also ich hab jetzt äh 20 torches 2 äh Schweine Steaks äh äh